Gepäck im Marsch Habt ihr Bock? Da brauchst du was von, Alter! Alle Gepäcke im Marsch! Gepäck? Ach ja, Gepäck! Erzähl mal, wie spät ist das? Das ist halb eins In der Nacht, oder? Und was ist los? Ja, jetzt haben wir gerade Alarm und das müssen wir uns alles schnell anziehen Ja, wir machen gerade Alarmierungsübungen Gucken was hier Unsere Ampel ist schon auf grün Ja klar Darf ich dich fragen, was hier gerade passiert? Also wir hatten jetzt gerade Alarmierung durch den Kompaniechef Das ist eine Übungsanarmierung Der Auftrag Charlie ist jetzt gesittet Die Gepäcke für sieben Tage zu verladen Also die Waffenkammerempfang durchzuführen Und dann geordnet auf dem Platz anzutreten Die Kräfte dann zu verlegen in die TSA Ja, um dann gefechtsbereit in die Verfügungsraum einzufließen Die Gepäcke Rolf, alles gut? Rolf, alles gut? Rolf, alles gut Greif, alles betege Rolf, alles nach oben rein Rolf, alles raus Morgen geht's weiter und das wird auch die nächsten sechs Monate so weitergehen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr weiter uns folgt und seht, wie es bei uns weitergeht in diesem wunderschönen kalten Wetter mit unseren Tiefkühltruhen. Ja, jetzt mach doch! Wir haben Zeit, es ist auch nicht anstrengend.